Let's Play Portal 2 Ich hab schon wieder nur 4 Frames Und jetzt schaff ich den Sprung Boah Ich weiß woran es liegt Kann sein, dass du keinen freien Festplattenspeicher mehr hast Äh doch ich hab eigentlich noch 300 GB Aber warum leckt das jetzt bei dir immer wenn du auflässt Da stehe ich auch nicht Ähm Soll ich noch mal kurz gucken? Wir cutten kurz an dieser Stelle und ihr seht uns gleich wieder So da sind wir wieder Jetzt leckt das doch bei mir nicht mehr so extrem Und Ja gucken wir uns mal die nächste Kammer an Beziehungsweise den nächsten Teil von der Kammer Wir waren ja noch nicht wieder in den Demontierfahrstufen So ich glaub das war richtig Ich will erstmal das sagen Okay WTFU bin ich Okay Keine Ahnung wo du bist Du bist da oben drin eigentlich Dann bist du hier noch eins Hier noch eins Und es laggt grad sehr doll weil Ich kann nichts mehr machen Cool 10 Frames Ja ich hab ich hatte vorhin Und es laggt Aber was liegt am Internet So jetzt alles wieder okay Gut ähm was siehst du denn da ach so Kann ich ja sehen Das laggt Das siehst du aber nicht Hilfe Okay das wird einer der letzte Teil heute Das ist irgendwie gerade Was muss ich jetzt machen? Ähm Du musst eigentlich noch hier durchspringen Wir müssen da oben hin Ne du musst hier runter Äh gucken Nur runter gucken Ich kann wohin? Da hier hin gucken Und dann nach unten Ich kann ja Nach unten Du gehst zur Kante Und dann guckst du nach unten Okay Genau Und da schießt du jetzt an die Wand Dein anderes Portal Jetzt hab ich den geschossen Das gelbe Das muss jetzt das rote Ja auch Und Jetzt Musst du nämlich dein Eines dahin schießen Wo mein Wo mein lila ist Und Also wir müssen unsere Portale Sozusagen tauschen Und das andere da hinten noch Andere Seite genau So Hast du? Ja Gut Soll ich mitkommen? Äh Ja du musst springen Äh Nicht ins Wasser Egal Hier springen Du musst erst mal wieder Die Portale setzen Achso Ja kannst du machen So Springen Hä? Oh Wieso hat das nicht ausgereicht? Äh WTF Achso Ähm Hä Du musst dein anderes Also Eins dahin Und eins dahin Das gelbe da hinten Ja ja mal Ja Und dann Versuch nochmal zu springen Auf gut Glück Oh nein Okay Okay Ich muss das eine etwas in die Träger setzen Ja Und zwar da rein wo es So Jo Versuch nochmal Oh scheiße Fuck Alter Das kann irgendwie nicht richtig sein Vielleicht dann doch die Methode Ich verstehe nur Bahnhof gerade Noch tiefer Warte Setz Setz Deins dahin Und deins Das andere da Hier hin und Da oben Ja Alter Ah Was tust du Was hast du getan? Bist du irgendwie übermüdet oder was? Ey wir haben gehabt genüppelt Warum? Ich spring da jetzt lieber nicht nochmal rüber So und jetzt sterb nichts weil sonst sterbe ich auch Okay aber diese Schräge bringt uns ganz und gar nichts Ja doch du kannst runterfallen Toll Ich habe absolut keine Ahnung Wir haben noch Acht Minuten dafür Ja Ich sehe nämlich gerade über uns ist der Ausgang Also über dir praktisch Oh Ja Ja Und eigentlich muss dieser Sprung dort nach was Ah fuck Ich bin so ein Depp Und ich sterb nochmal Und du stirbst auch Warum? Ich bin nicht gestorben Äh wo sind dann deine Portale? Achso Oh ich Ich krieg diesen Einsprung nicht hin Was soll denn das jetzt hier? Bist du wieder da oben drin? Dein Sterbebild school ja Ich glaub das ist auch die Lösung des Rätsels Ey wenn ich hier durchgehe kannst du mir Genau Kann ich da jetzt irgendwie Das bringt mir so überhaupt nichts Nee nee das muss schon so Ich muss jetzt rüber gebounced werden irgendwie Ja eigentlich musst du mit dem Bouncer rüber gebounced werden Also musst du da oben dein Portal hin machen Mach mal bei dir oben Hinter dir das Ja ich weiß Mach da hin Dann spring runter hinter dir Beziehungsweise jetzt vor dir So Hier rüber So und jetzt Da hin Äh Du Troll Nein Ich weiß nicht Dann mach dein zweites jetzt da hin Dann spring nochmal rüber Und dann mach das gleiche nochmal So jetzt So rein So Nein Oh mein Gott Ich glaub wir sind echt irgendwie Warte Es ist schon zu spät glaube ich Aua 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 Bam 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 Ich will doch nur hier runter Gott sei Dank Und jetzt Nee So Ja du hast es geschafft So jetzt lass mich springen Lass mich springen Geh aus dem Weg Juppie Hä bei mir hat das gefunden Warum hat das vorhin bei dir immer nicht gefunden Wirst du mich jetzt irgendwie verarschen Nein wir haben das anders gemacht Wir haben das nicht so gemacht Natürlich Nein Doch Nein Ich hatte Nein Ich bin woanders rausgebaut Jetzt mach einfach dein Portal von da Also da einzeln Ja ich weiß Und jetzt Und da einzeln Genau Okay Schon das Richtige Ja ich So und jetzt Springe ich Und jetzt Verschieß nicht das Portal Sonst müssen wir nochmal alles neu machen So und das gelbe Jetzt Äh Dahin So da oben Hab ich Türkees Bam Und Und ich glaube Jetzt ganz ehrlich machen wir hier Schluss Ja Und Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Ja Ciao